Moin Leute, was geht? Crispy hier. Heute sind die Fortnite Birthday Challenges online gegangen. Fortnite wird jetzt ein Jahr alt und es geht unter anderem darum, vor Geburtstagskuchen zu tanzen. In diesem Video gibt es alle Positionen der Kuchen in der Reihenfolge, in der ihr sie ablaufen solltet, um am meisten Zeit zu sparen. Lasst doch ein Like da, falls euch das Video gefällt und falls ihr weitere Fortnite Challenge Lösungen sehen wollt, lasst doch ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß beim Video und let's go! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.